Damit die Sicherheit und Zuverlässigkeit von diesen 36 Trams Combino gewährleistet bleiben, werden wir alle acht Jahre Halbtrevisionen an diesen Fahrzeugen durchführen. Weil bei Bernmobil zu wenig Platz vorhanden ist, werden wir die Aufgaben teilen. Die Fahrwerke werden am Eigenplatz revidiert. Das sind Motoren, Getriebe, Portalachse. Und die Arbeiten am Wagenkasten machen wir hier beim RBS in der Werkstatt Wortboden. Eine Revision an einem Wagenkasten dauert ca. 4-5 Wochen. Das heisst, bis 2021 werden alle 36 Fahrzeuge hier durch eine Revision gehen. Wir ziehen an diesem Combino am Wagenkasten die Halaufbau. Das betrifft die Türen, das betrifft die Gelenke, das betrifft den Fahrgastraum, die elektrische Ausrüstung. Genau nach den Vorgaben, die Bernmobil aufgrund des Wartungsvertrages mit Siemens hat. Die Werkstatt Worb ist die Hauptwerkstatt des Regionalverkehrs Bern-Soloturn. Wir bewerten hier unsere vier Fahrzeugtypen. Wir machen Revisionen. Wir können Neulackierungen machen. Wir können Grosskomponenten revidieren. Wir haben hier ca. 20'000 Ersatzteile, die wir bewirtschaften. Die Zusammenarbeit des RBS mit Bernmobil ist für uns eine wichtige Zusammenarbeit. Wir bekommen dadurch, dass wir hier die HAU machen können, an diesen Combino-Tramen. Eine Grundlast, die wir absolut schätzen. Die wir einfach auch Leute beschäftigen können. Wir finden das eine gute Sache. Ja gut, das ist neu, aber sehr interessant. Das wird immer eine Herausforderung. Aber ich denke, das ist die zweite. Auf der dritten sind wir noch schneller. Das ist ja so. Also ich habe mich mega gefreut darauf, weil es mal ein anderes Fahrzeug ist. Und weil ich gerne arbeiten habe, wo man sich am Anfang Gedanken machen muss, wie man es machen will, dass es sinnvoll ist. Weil wir sind ja immerhin etwa drei oder vier Jahre verstanden. Das finde ich gerne gut, weil unsere Fahrzeuge kennen wir. Und es ist ein bisschen eine Routine hineinkommen. Wir müssen einschaffen. Wir haben von Bernmobil ordnerweise Unterlagen bekommen. Wir haben EDV-Unterlagen bekommen. Aber das Projekt, im Vorfeld des Projekts, haben wir schon sehr intensiv mussten arbeiten, damit wir einen loslassen können. Wir mussten eine so klein lernen kennen. Und finden jetzt, dass wir im Rahmen dieser Halle wirklich eine gute Zusammenarbeit haben. Für beide Unternehmungen ist es eine Win-Win-Situation. Der RBS kann seine Infrastruktur optimal nutzen und Bernmobil braucht keine neue Werkstätten. Damit unsere 36 Kombino wieder fit für die Zukunft werden, investiert Bernmobil 15 Millionen Franken. Die Arbeiten sind gut gestartet. Bernmobil ist glücklich mit dem RBS ein sehr zuverlässiger Partner für die Revision zu haben. bis zum nächsten Mal, ich werde jetzt zurückkommen. Untertitelung des ZDF, 2020